So, die Frage ist halt, was ist die Definition von einem Sniper? Auf Distanz einen Schuss abliefern oder so? Ich lass die Leute entscheiden. In 3, 2, 1... Ein herzlicher frischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Overwatch mit Nifjats. Was definiert einen Sniper? Sagst du nochmal was? Hallo? Hallo. Ich war gerade ein bisschen verwirrt davon, dass da kein Gegner zu sehen war. Haben wir einen Doomfist oder haben die einen Doomfist? Wir. Die aber auch. Die aber auch, ja. Oh, ne Widow haben sie auch. Oh nein. Ich war gestunnt und dann hat der Hanse seinen neuen Schuss reingemacht, der gar nicht mehr so neu ist. Ist ja nichts Neues mehr hier in Overwatch. Wird mal wieder Zeit für was Neues. Wiss? Wiss? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Bullshit? Ah, Widow sieht uns. Oh, Leute. I'm out. Oh, Mann. Die Brigitte, Alter. Die Widow hinter dem Schild ist ein bisschen... Oh. Ich hab Goldkills und Golddamage. Was machen die anderen DPS? Ach, wir haben jetzt Mei. Mei ist off Tank. Letztens wurde gesagt, Mei ist off Tank. In Overwatch wird viel gesagt, wenn der Tag lang ist. Ich hab den gegnerischen Doomfist fast down. Ach, Brigitte. Das ist nicht wahr, Alter. Die Frau, ne? Sie ist zeitgleich so schwach gegen den Sniper. Und zeitgleich so stark. Das ist unglaublich. No! Ich hab's kommen sehen. Ich konnte ihren Atem spüren. Atem. Auf zum Atem. Den Atem von Widowmaker in meinem Nacken. Wer hat das von Boa? Nee, ich hab sie an. Lol. Oh, Ulti. Hanso hat das Ding gekriegt. Okay, Uriza ist down. Das ist doch mal ne gute Neuigkeit. Da in dem Raum sind die ganz viele. Ich weiß, die Widow ist hier drin. Anna, hab ich. Oh, Widow hat's auch gekriegt. Nice. Sehr gut. Ich brauch die Healing. Ich hab wieder Flank in Hanso gespielt und dann ging das. Aber wir haben keinen Healer mehr. Ich halt mich an der Payload. Ja, ich auch. Dauert nur fünf Jahre. Dauert, das probiert auch. Da drin ist so ein Medikid. Da, ist gerade hier links. Wurzeln. Komm gleich wieder. Tschüss. Ich hab extra geschifftet. Na, kommt er zu mir? Kommt er auf die Payload oder wo geht er hin? Wär dumm. Ja. Oh, die Liva sind wieder real. Oh, ich hab die Widow erwischt. Die haben ne Diva. Ja. Sehr gut, Nefi. Oh, was ein Schuss. I'm on fire, sagt Hanso. Oh, das war ein Traumschuss. Ausgewichen dem Hanso und ihm gleichzeitig noch einen Headshot gesetzt. Ein Träumchen. Ein Träumchen war das. Nice, May. Jetzt kann ich da nicht mehr hinschießen. Ja. Klassische May. May und Sniper üben wir nochmal. Kommt noch mehr. Ah, die Widow ist um. Fuck, die hat mich geholt. Noch mehr Tanks. Oh, die Widow killed mich. Wie spammt. Der Reinhard hat abgestaubt. Wie viel Overwatch spielst du denn noch eigentlich so? Außerhalb von Aufnahmen. Gestern Abend hab ich bestätigt. So viel oder eher nicht so? Mit der Lu? Mit der Lu. Kocht die jetzt wieder? Hm? Sie haben kochen? Nein. Ist noch nicht so ihre Kochzeit, ne? Ist ja auch Sonntag, ne? Das passiert noch Montag. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen was anders machen. Jetzt kann ja nicht sein, dass es immer das Gleiche ist. Heute machen wir mal Aufnahme am Sonntag. Aber du bist, du bist auch Dienstag nicht mehr da, ne? Mittwoch auch nicht. Mittwoch auch nicht. Guck mal, dann passt das ja. Bin ich in London? Das ist auch Nefias in Urlaub. Ne, ist das kein Urlaub. Haben die Genji? Ne, wir haben Genji. Was haben wir für ne schlechte Teamkombination? Ich weiß den Arndt. Kannst du dich um die Widow kümmern? Wo ist die denn an der Tür wieder? Ja. Ne, ist... Ist nicht dein Ernst! Sie ist runtergesprungen. Okay, gib mir das Medikator ganz schnell. Ja, ich weiß. Sie wollte mir die Granaten, sie hat an mir die Bombe gerastet. Ah, Lola, Doomfist, das wollte ich machen. Nerf this. Ich hätte mal ne Ulti. Aber Sommer hat gerade ihre gewastet. Haben wir wirklich sechs Spieler? Also die Frage von der Maze, äh... Berechtigt. Irgendwie merke ich davon nix. Ich bin öfter mal tot. Ne, ich... Ich habe auch Gold Damage, also... Ich weiß nicht, die anderen DPS machen auch nix. Irgendwie. Damage habe ich nicht, ich habe Kills. Ja, Kills ist ja auch okay. Heißt wenigstens, dass sowas getan wird. Die, die, die... Oh, lol. Das war knapp. Ja, geil. Das meine ich jetzt. Warum sind jetzt schon wieder alle tot? Wir hatten doch eigentlich die Überhand. Wir hatten doch die Überhand. Ja, hatten wir auch. Die Tanks waren tot, die Brigitte war tot. Wir hatten voll die Überhand. Was ist denn das für ein Team? Ja, er ist nicht tot. Ja, okay. Zur Payload? Ja, ich komme nicht. Ich bin tot. Ich bin auch down, aber wir haben ne Mercy. Aber die ist auch down. Ja. Nice. Im Gegnerteam haben sie übrigens auch alle gerankt schon mal, diese... Season. Ich nicht. Die Widow war nicht mal gut. Was für Widow Chill, Alter. Die war nicht gut. Ich hab mich noch nicht eingerankt. Ich war so frei und hab's noch nicht getan. Hä? Wieso kann ich die Karriere nicht einsehen? Achso, weil die alle wieder gelieft sind. Das ist verpackt momentan. Wir haben auch Leute, die noch nie gerankt haben im Team gehabt. Und im Gegnerteam war Diamond bis Silver alles vertreten. Das ist schon wieder Matchmaking. Next Level. Wir hatten ja ein, zwei gute Pushs, aber... Das eine, mal wie gesagt, der Reinhard war tot, die Brigitte war tot. Wir hatten die überhand. Der Hanso war low, die Diva war aus dem Mech. Die Zomra hat Hanso gehackt und hat die nicht getötet. Und dann sind alle runtergefallen. Ja, keine Ahnung. Das ist so geil. Das ist... Manche Sachen. Manche Sachen muss man nicht verstehen. Der eine Chris. Der eine Chris. Der echte? Wurde ich gestern auch wieder gefragt. Bild ist hier ganz schön was drauf, Alter. Ist das eine echte? Keine Healer, nur ein Tank. Was erwartest du im Fick Clay? Should have picked mercy. Hast du jetzt den Rosaskin? Nein. Noch nicht. Ich werde die mir wahrscheinlich noch holen. Ich habe schon eine Geräusche dann fliegen. Ja, ich werde die mir wahrscheinlich noch holen. Eigentlich bin ich ja auch nicht so der Mensch, der Skins kauft. Aber wenn sie sagen, ist für einen guten Zweck und so, dann kann man das mal machen. Wenn der jetzt nur für Blizzard Kohle gewesen wäre, hätte ich den nicht gekauft. Nee. Also, wenn das wirklich nur in die Taschen von Blizzard gegangen wäre. Aber so. So wie sonst immer, meinst du? Ja. Genau. Nee, gezielt einen Skin für 15 Euro kaufen, würde ich nicht machen. Das war nur für die gute Sache. Ja, eben. Ich meine, ich kann genauso gut für die gute Sache einfach so spenden. Das hätte ich auch machen können. Ja, klar. Aber so hat man halt irgendwie ein bisschen mehr davon, abgesehen von dem guten Gefühl, dass man was Gutes getan hat. Das ist so ein gutes Gefühl. Ja, das ist ja schon schön. Ich habe keine Ahnung, wo die Pharoah und ich, wo wir sind. Über den Dachian von Eichenwalde. Ja. Ich sehe das da gerade. Ich habe da eine romantische Beziehung. Ich sehe schon. Der eine Chris und ich. Der eine Chris und ich. Wir sind zwei süße. Zwei süße Mäuse. Warum sterben? Warum ist Gämmchen so weit vorne überhaupt so? Nook, nook. Oh, Pharoah. Hat die Luft hochheit und läuft auf dem Boden rum. Die Hoheit. Ist ja klar, dass der Hanso mich dann macht. Delusio ist irgendwo in der Luft oben. Ey, what the fuck? Wieso ist denn der schon wieder hier? Ich mache einen auf Battle Mercy. Okay. Hab ihn. Wo bist du, Nephi? Ich heim mich gerade. Not like this Reaper. Pass auf, der war eine Widow. Warum geht der Genji so weit nach vorne? Irgendwas ist hinter uns. Ja, Doomfist. Ich komme auf den Punkt schnell. Da ist ein Reaper. Ich habe gerade wiederbelebt. Versucht. Ich komme auf den Punkt schnell. Da ist ein Reaper. Oh, Doomfist. Das war ein nicer Sprung. Der Doomfist ist eigentlich gar nicht so gut. Ich habe den schon voll oft. Kommt an. Der ist da, aber er trifft nichts. Schade. War zu hoch, glaube ich. Komm, Nephi. Du machst mehr damage. Ich muss weg. Das ist der Moment, wo ich keinen Bock habe, hier Dates zu spielen. Kein was? Kein Healer. Also, der Doomfist ist eigentlich nicht gut. Ich habe schon jetzt zweimal easy weggeholt. Ne, ich meine, unser Doomfist. Achso, unser Doomfist. Ja, gut, der. Den habe ich jetzt nicht beobachtet. Über den habe ich mir doch keine Meinung gebildet. Bild dir deine Meinung. Ich finde es schön, wie Farah, wie Farah mir hilft. Hinter uns, Farah! Wo ist die Willow hin? Ich kümmere mich die ganze Zeit um die Willow, das sollte reichen. Und um Reaper. Äh, da ist ein Lucio. Mach ihn! Konnte ich nicht, wurde weggeboobt. Ach, schade. Farah! Könnt ihr mal aufhören, ihn zu schubsen da? Danke. Der Real Niki, ne? Das ist so ein richtiger Genji. Ja, das ist ein richtiger Genji. Immer weg vom Team. Und ein Niki. Und nach Leading schreien. Ja, ich meine, ich sehe das nicht mal und weiß es. Oh, lol. Doomfist ist mir am Arsch. Nice, den haben Genji und ich zusammen gemacht, die Mercy. Ah! Lucio ist hinter mir. Der ist immer noch hinter uns. Ja, ich sehe ihn. Der ist gebacken. Ich booste dich lieber. Sag, Mann. Da ist er! Er hat verkackt. Nee, doch nicht. Da heißt es, danke, soldier. Äh, jetzt haben sie einen Hanso. Den haben sie die ganze Zeit schon, ne? Der eine Chris. Den haben sie schon die ganze Zeit. Die Mercy wird die Resen. Oder? Oh, Reaper. An meinem Arsch. Ja. In der Hütte. Im Haus. Geht jetzt zur Tür. Zum Tor. In welchem Haus? Da, wo Doomf ist es? Also, er kommt von hinten. Er kommt von hinten. Ach, da. Ja, dann war es das mit mir. Ach, da. Er steht mir im Gesicht. Ja, also... Die Pharah hat auch keine Anstalten mal wieder gemacht, um mir zu helfen. Ich heile die auch einfach nicht mehr. Ja. Wir haben keinen Tank. Warum haben wir eigentlich keinen Tank? Oh, oh. Ach, komm! Der hat Phylico treffen müssen. Hat die Ana denn schon gesleebt, ey? Fuck. Oh, Soldier kämpft mit Rössi und wird verlieren. Ich kann es dir jetzt schon sagen, weil er sein eh nicht hat. Play of the game. Oh, nö. Warum denn immer sowas? Ich habe meine Walküre. Die Walküre? Walküre. Die Konvertüre? Oh, was ein Schuss. Hanso ist low. Unser Doomfist ist so dumm. Ähm, hat die Widow von denen auch? Scheiße, das war zu viel Dummheit für mich. Ich kam nicht auf sie klar. Aber steht sie vor mir. Warte, bei dem Punkt. Ich kann nicht resen, ne? Bei zwei Snipern kannst du das kriegen. Das ist unmöglich zu resen. Auch von der Geschwindigkeit her. Dass sie das in der Ulti auch geändert haben, das ist ganz, ganz, ganz doll anstrengend. Geht doch. Ich brauche Healing, ganz schnell. Wo bist du? Hier, hinter dir. Danke. Hab dich lieb, Mercy. Ja, der Reaper ist wieder an der Payload, glaube ich. Da ist ein anderer Payload. Ja, der Lucio. Hab ihn getroffen. Hi, Soldier. Kein anderer Payload sonst? Ich versuche halt, den Lucio zu erwischen, aber irgendwie. Nö, kein anderer Payload. Nein! Ich war der Payload. Ich hab den Reaper gemacht. Mach ich jetzt. Ja, eben. Wir haben ja keinen. Und damit kann man gut... Das nicht, ihr Ernst, ich hab kein Healing. Ist okay, die Ransom kommt nicht zu Payload. Shiii! Victory! Das hab ich jetzt nicht kommen sehen in den Sieg. Mhm. Ich hab einen Kill. Ich war ja auch die ganze Zeit Mercy. Oh, ich dachte schon. Ich dachte auch schon. Das ist halt der Standard-Skin, den hat halt jeder. Kacke! Yeah, Kacke! Oh, der eine Chris. Oh, Gorobai. Oh! Wow! Was hat die Ana sich denn dabei gedacht? Ich schmeiß den ab! Ich mach dich fertig! Aber ich hab offensive Assists, ne? Ich hab Eliminierung, ne? Oh gut. Aber ich war Mercy. So. Und wenn ihr auch Mercy so mögt wie ich. Also gar nicht. Dann, ähm... Lasst ihr ein Like da. Und, äh... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut das mal rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.